Schau mal, Papa, da oben fliegen vier Engel. Aber warum hängen denen 496 Bleikugeln am Bein? Das sind die anderen Aktien im S&P 500, denn die Ergebnisse dort sehen bei weitem nicht so gut aus, wie bei dem himmlischen Quartett Alphabet, Amazon, Apple und Google. Alphabet, Apple, Amazon, fantastische Zahlen, wirklich unglaublich robust. Google, hä, gut, aber im Vergleich zu den anderen dreien, naja, hätte noch besser sein können. Denn Google kann vor allem nur deshalb die Erwartungen schlagen, weil die operativen Margen erfolgreich gemanagt wurden. Und Google hat Gott sei Dank ja viel Geld. 28 Milliarden Dollar wird man jetzt in den Rückkauf von Aktien investieren. Die Aktie wird also zwar steigen, aber bei weitem nicht so stark wie zum Beispiel Amazon und Apple. Und da werden dann auch schon die Kursziele weiter in den hohen, hohen Norden geschraubt. Goldman Sachs sieht Amazon jetzt schon bei 4.200 Dollar auf Sicht von 12 Monaten. Eigentlich wäre es doch mal reif, auch hier einen Aktiensplit durchzuführen, oder? Denn genau das macht jetzt Apple, aber dazu gleich mehr. Bei JP Morgan wird das Kursziel von Apple auf 460 Dollar nach oben geschraubt. Und hier gibt es einen Aktiensplit im Verhältnis 4 zu 1. Effektiv ab dem 31. August für alle Aktionäre, die zum Handelsende am 24. August Aktien handeln. Am Rande bemerkt, wer also nicht so tief im Thema Börse steckt, nicht am 31. oder am 1. September die Zeitung aufschlagen und denken, um Gottes Willen, meine Aktie ist ja um drei Viertel gesunken. Man hat dafür drei mehr Aktien im Portfolio pro eine Aktie. Also das nur am Rande erwähnt. Und Apples Zahlen waren wirklich fantastisch. Vor allen Dingen, was die iPhone-Umsätze betrifft. Wir haben hier ein Umsatzvolumen von 26,4 Milliarden. 20 Prozent mehr, als man erwartet hatte. Das ist also wirklich gut. Und die operativen Margen waren auch besser als erwartet. Das 5G-iPhone wird verspätet auf den Markt kommen. Aber genau in dem Rahmen, den man bereits erwartet hatte. Qualcomm hat ja am Vortag schon betont, dass ein großer Smartphone-Kunde die Aufträge für einen großen Launch ein bisschen verschoben hat. Und so kommt es auch Apple trotzdem solide im Plus. Aber der Star des Tages, ganz klar, Amazon, das muss man sich einfach mal reinziehen, wie viel Umsatz das Unternehmen mittlerweile macht. Ein vollkommener Wahnsinn. Das ist ein Anstieg des Nettoumsatzes von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und das wirklich Beachtenswerte ist nicht nur das zurückliegende Quartal. Der Gewinn war ja nun auch deutlich besser als erwartet. Aber das Beachtliche ist vor allem auch das jetzt laufende Quartal. Denn der Prime Day, das große Shopping-Ereignis bei Amazon, ist verschoben auf das vierte Quartal. Denn jetzt hätte man denken müssen, dass, naja, also wenn sich ein so wichtiges Ereignis vom dritten aufs vierte Quartal verschiebt, dann müsste der Umsatz ja im dritten Quartal auch niedriger ausfallen. Aber nein, der Umsatz wird erneut deutlich höher ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. Also wirklich spitzen Zahlen. Der Cloud-Bereich, ein Wachstum von 29 Prozent. Das ist ein bisschen geringer ausgefallen, als man erwartet hatte. Gleiches Szenario also wie bei Microsoft. Aber Amazon holt das rein durch bessere Margen im Cloud-Bereich. Also das konnte man wettmachen. Facebook, ja, jetzt fängt das schon ein bisschen an mit den Haaren in der Suppe, nicht wahr? Also erstmal die gute Nachricht, das Umsatzwachstum, wow, wirklich spitze. Beachtlich, deutlich besser als erwartet, toll. Das Management hat aber einige Aussagen zum jetzt laufenden Quartal, die hier und da kritisch aufgenommen werden. Punkt 1, der Werbeumsatz. Der digitale Werbeumsatz, das Wachstum hier im laufenden Quartal, wird in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals liegen. Also etwa 10 Prozent um den Dreh. Das ist zwar im Rahmen der Schätzungen der Wall Street, aber die Wall Street hat damit gerechnet, dass das Management signalisiert, dass wir quasi eine lineare Erholung sehen. Also der letzte Monat besser als der vorhergehende Monat, das wurde aber von Facebook nicht signalisiert. Und der zweite Punkt, naja, es saßen ja nun viele zu Hause im Zuge der Pandemie. Und wenn man sich die Covid-19-Zahlen in den USA anschaut, dann sitzen immer noch viele zu Hause. Aber Facebook betont, dass sich das Nutzerwachstum jetzt wieder normalisiert. Also dieser große Boost, den wir hatten durch die Pandemie, der lässt jetzt wieder nach. Nichtsdestotrotz die Aktie solide auf der Gewinnerseite. Alphabet hatte ich, Amazon hatte ich, Apple hatte ich, Facebook auch. Damit mache ich jetzt mal weiter und schaue mir den ganzen großen Rest an. Und insgesamt haben bisher 85% der Unternehmen die Erwartungen geschlagen. Ich habe diese Quote oft schon gebracht in den letzten Tagen. Aber die Quote wird immer besser. 85% der Unternehmen schlagen die Ziele. Und jetzt im Schnitt zwischen 22 und 23%. Vor dem Donnerstag lag die Quote bei 15 bis 16%. Und das liegt vor allem daran, natürlich, weil die Erwartungen sehr niedrig waren. Und man darf eben nicht das Leben der anderen vergessen. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut von Exxon, der Verlust viel höher als erwartet, der Umsatz viel niedriger als erwartet und man kündigt Entlassungen an. Chevron, der Umsatz viel niedriger als erwartet, der Verlust viel höher als erwartet. Der Baumaschinenkonzern Caterpillar, ja, der kann die Umsatzerwartungen schlagen und der Gewinn liegt auch über den Erwartungen. Aber ich bitte doch ab und an auch mal die absoluten Zahlen anzuschauen und nicht nur das, was an der Wall Street Musik macht. Ja, Caterpillar kann die Schätzungen schlagen, weil die sehr niedrig sind. Aber man muss sich mal vor Augen halten, dass Caterpillar gerade mal 10 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat. Im letzten Jahr, gleiche Zeit, waren das 4,4 Milliarden mehr. Und der Gewinn liegt jetzt pro Aktie nur noch bei 84 Cent im letzten Jahr. 2,83 Dollar. Also das ist eine wirklich dramatische Entwicklung und das darf man nicht unterschätzen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir in den nächsten Wochen eine zunehmende Eintrübung des amerikanischen Arbeitsmarktes sehen werden. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren auch in dieser Woche auf einem hohen Niveau, über 1,4 Millionen. Und das signalisiert mir, dass der Arbeitsmarktbericht der kommenden Freitag gemeldet wird, eher enttäuschen wird. Und deshalb wird die kommende Woche wichtig sein, wir haben am Montag die Angaben zur verarbeitenden Industrie im Juli und dann am Mittwoch zu den Dienstleistern. Wenn diese beiden Indikatoren enttäuschen, dann können wir nicht mehr ignorieren, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. So, und dann ist es eben das Spiel der letzten Wochen und Monate. Well, die Wirtschaft verliert an Dynamik, spielt aber keine Rolle, weil die Notenbank ja Gas gibt. Und das hat Jerome Powell ja gesagt. Jerome Powell, der Chef der Notenbank, hat ja betont, well, die Wirtschaft verliert an Dynamik, der Arbeitsmarkt verliert an Dynamik. But, wir bleiben mit dem Fuß auf dem Gaspedal und werden weiter stimulieren. Die Bilanz wird weiter ausgeweitet. Und genau deshalb ist im Übrigen auch der US-Dollar so schwach gegenüber dem Euro. Wir sind bei über 1,18 mittlerweile. Das ist wirklich eine beachtliche Veränderung. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, der Euroraum ist im Großen und Ganzen durch mit den massiven Stimuluspaketen. Jetzt wartet man erst mal ab. In den USA wird aber weiter Gas gegeben. Wir warten ja immer noch auf das fünfte Wirtschaftspaket, das mindestens 1,5 Billionen Dollar ausmachen wird. Wir schmeißen diese Zahlen heutzutage so rum. Ja, so 1,5 Billionen. Das ist so nach dem Motto, ich gehe mir mal einen Kaffee kaufen. 1,5 Millionen, das ist fucking viel Geld, um es mal so zu sagen. Und die Verschuldung in den USA steigt weiter. Das heißt, Europa pausiert erst mal. Die Amis geben weiter Vollgas beim Fiskalplan. Und die Notenbank gibt weiter Vollgas. Und wir haben höhere Covid-19-Fälle in den USA. Ja, wir haben ein Plateau erreicht. Aber boah, ist dieses Plateau hoch. Jetzt bin ich in New York City, ich bin Wolkenkratzer gewohnt. Aber das ist ein verdammt hohes Niveau weiterhin. Also von daher kaum erstaunlich, dass der Euro stärker wird, beziehungsweise der US-Dollar schwächer. Das macht übrigens die Emerging Markets umso interessanter. Und hat vor allem auch eins zufolge. Ich gratuliere jedem, der Big-Tech-Aktien hat. Ihr habt das spitze gemacht. Die sieben großen Big-Tech-Aktien in diesem Jahr. Im Schnitt 30, 35 Prozent plus. Herzlichen Glückwunsch. Aber ihr seid leider nicht die Spitzenreiter. Denn die wirklichen Spitzenreiter, und das zeigt diese Grafik hier, waren die Goldminen. Jawohl. Die Aktien der Goldminen sind seit Jahresauftakt 45 Prozent gestiegen. Der Tech-Sektor nur müde. 30 bis 35. Aber man sieht daran, wie wahnsinnig strange diese Welt ist, in der wir leben. Goldminen-Aktien und Big-Tech-Aktien, beide die großen Gewinner. Das ist so ein bisschen, ne? Und der Rest hängt so wie so eine riesen Hängebrücke durch. Gold, total defensiv. Big-Tech. Aber wir leben nun mal in einer merkwürdigen Welt. Und ich möchte ganz kurz in Sachen Euro nochmal zurückkommen. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb für europäische Investoren das Investieren an der Wall Street gar nicht mehr so einfach wird. Schauen wir uns mal den S&P 500 an auf Euro-Basis. Herzlichen Glückwunsch seit April. Nichts verdient. Der S&P 500 auf Euro-Basis wegen der Euro-Stärke und der US-Dollar-Schwäche tritt im Grunde auf der Stelle. Und das macht europäische Aktien übrigens umso attraktiver. Die sind attraktiver bewertet. Wir haben eine schnellere Wachstumsnormalisierung, sofern man überhaupt von Wachstum reden kann. Also sagen wir mal so, es kehrt ein bisschen schneller das Leben zurück in eine an sich tote Wirtschaft. Um es mal so zu formulieren. Aber jetzt kommt eben der starke Euro noch hinzu. Und damit werden europäische Anleihen und Aktien insbesondere umso attraktiver aus ausländischer Sicht. So und jetzt habe ich eins vergessen, aber ich möchte das trotzdem nochmal ansprechen. Stichwort Arbeitsmarkt. Man müsste ja eigentlich meinen, dass der amerikanische Arbeitsmarkt insbesondere im Tech-Sektor sich normalisiert. Denn die Tech-Unternehmen verdienen ja nun ordentlich Geld. Aber schauen wir uns mal an. Job-Postings im Technologie-Sektor. Und hier sehen wir seit Mai ein Rollover. Wir liegen im Technologie-Sektor, was Job-Angebote betrifft, 30% unter Normalniveau. Etwa 35% unter Normalniveau. Insgesamt gesehen liegen wir immer noch 20% unter Normalniveau. Das heißt also, wer meint, dass wir jetzt im Technologie-Sektor einen riesen Job-Boom sehen, der täuscht sich. Auch hier halten sich die Unternehmen sehr stark zurück. So, mich würde nicht wundern, wenn die Wall Street an diesem Freitag freundlich eröffnet und im Handelsverlauf abverkauft. Vor allen Dingen wegen all der Wirtschaftsdaten in der kommenden Woche. Und der großen Frage, ob die Bewertung der Tech-Aktien, die ja nun auch hoch ist, gerechtfertigt ist. Bleibt spannend an der Wall Street. Viele Möglichkeiten nach wie vor, viele Chancen und natürlich auch Risiken. Such as life. In dem Sinne, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.